Einen konkreten Öffnungsfahrplan gibt es bisher noch nicht, doch es zeichnet sich schon deutlich ab, wie und vor allem wann Österreich aufsperrt. Am Donnerstag, Punkt 16 Uhr, startet die von der Regierung eingesetzte Öffnungskommission, dabei Kanzler Kurz, Vizekanzler Werner Kogler, die Landeshauptleute Michael Ludwig und Hermann Schützenhofer, sowie Sozialpartnervertreter wie Renate Anderl und Harald Marer. Ludwig macht nach dem Treffen eine erste Ansage, und zwar setze er sich für eine österreichweit einheitliche Öffnungsstrategie ein und es herrscht unter all der Konsens, dass mit der Öffnung eine Testpflicht einhergehen muss. Outdoor soll vor Indoor geöffnet werden, Freiluftaktivitäten werden laut Regierung Vorrang haben, soll heißen, alles was draußen stattfindet, also Sportaktivitäten, aber vor allem der Betrieb von Scharnigärten und Würstelständen, sollen als erstes in den Normalbetrieb gehen. Das könnte, so es die Corona-Zahlen vertretbar erscheinen lassen, ab Montag, dem 3. Mai stattfinden. Allerdings schmeckt das der Wirtschaft nicht. Sie will die gesamte Gastronomie gleich aufsperren. Outdoor heißt auch baden. Freibäder werden ab Anfang Mai geöffnet. Spätestens rund um Pfingsten, also um den 22. Mai, sollen dann weitere Bereiche folgen, konkret der Kulturbereich mit Theatern und Kinos. Ebenfalls in den Startlöchern schadet die Hotellerie. Ministerin Köstinger will dazu heute Freitag einen ersten Ausblick geben. Damit das auch klappt, soll der grüne Pass bis dahin ausgerollt werden. Wer geimpft ist und sich testen lässt, soll auch reisen können. Ganz hinten anstellen müssen sich Indoor-Aktivitäten wie Fitnessstudios. Die haben frühestens im Juni eine Chance.